Bei Würsteln, Kartoffelpuffern und Käsestangerln stimmt sich die ÖVP am Freitag in Wels auf Superwahljahr ein. Karl Nehammer wird 60 Minuten reden. Nach dem Plan A von Altkanzler Christian Kern kommt jetzt der Plan Ö. Karl Nehammer will mit seinen Zukunftsvisionen nach dem Superwahljahr 2024 am Ballhausplatz weiterregieren. Aber wie? Land der... So gliedert sich der rund 60-seitige Österreichplan des ÖVP-Chefs und weist auf Werte abseits von Bergen und Strömen hin. Zu den Details hüllt sich die ÖVP noch in Schweigen. Erste Informationen sollen heute durchsickern. Die knapp einstündige programmatische Kanzlerrede am Freitag in der Welser Messehalle wird unter dem Motto Leistung, Familie, Sicherheit stehen. Das sind ganz klar die Botschaften, mit denen sich der Kanzler von linken und rechten Extremen abgrenzen und sich als sichere Wahl in der Mitte der Gesellschaft positionieren möchte. So ein schwarzer Stratege im Vorfeld. Bei den zentralen Botschaften hat man offenkundig Anleihe bei der Kreis-GSPÖ genommen, deren Wirtschaftskonzept in den 1970er Jahren der Slogan Leistung, Aufstieg, Sicherheit prägte. Nicht die einzige Parallele zu den Sozialdemokraten. Altkanzler Christian Kern hatte seinen Plan A 2017 ebenfalls in Wels vorgestellt. Eine mutige Wahl. Bekanntlich wird Wels von einem FPÖ-Bürgermeister regiert. Karl Nehammer jedenfalls will mit dem offensiven Start ins Superwahljahr die Aufholjagd beginnen. Laut letzten Umfragen liegt Herbert Kickl Ende des vergangenen Jahres rund 10 Prozentpunkte vor der ÖVP. Vergangene Woche werden Gerüchte über vorgezogene Frühjahrswahlen laut. Der Insider weiter. Das ist eigentlich vom Tisch. Der Kanzler möchte bis Herbst durcharbeiten. Der Hintergrund? Die Grünen würden einem vorgezogenen Urnengang ohne kostspieligem freien Spiel der Kräfte im Parlament nur im Falle eines Superwahltages, also EU- und Nationalratswahlen an einem Tag, zustimmen, um den Österreichern einen Wahlkampf zu ersparen. Aus organisatorischer Sicht warnen jedoch zahlreiche vor der Zusammenlegung. Ca. 1500 Parteifunktionäre, darunter das komplette Regierungsteam und die Länderchefs, wollen am Freitag in Oberösterreich dabei sein. Sie können sich an Würsteln, Kartoffelpuffern und Käsestangen laben und sich auf das Superwahljahr einstellen. Am 9. Juni steigt der große Test für den Bund. Die ÖVP schickt für Brüssel Partei-Urgestein Reinhold Lopatka ins Rennen. Die ÖVP schickt für Brüssel Partei-Urgestein Reinhold Lopatka ins Rennen. Die ÖVP schickt für Brüssel Partei-Urgestein Reinhold Lopatka.